Wichtige Änderungen, Neuerungen bei EM-Renten ab 2023. Anrechnung, Hinzuverdienst vereinfacht sich erheblich, Hinzuverdienstdeckel fällt weg. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ab 2023 stehen Millionen Rentnerinnen und Rentner einer EM-Rente höhere Hinzuverdienstgrenzen zur Verfügung und es gibt auch wichtige Änderungen in der Berechnung, der Anrechnung des jeweiligen Hinzuverdienstes, der aber dann über den neuen Grenzen liegen muss. Es gilt ab 2023 unter anderem, dass der Hinzuverdienstdeckel, der in § 96a Abs. 1a Satz 3 SGB VI geregelt ist, nicht mehr gilt. Da kann ich wirklich nur sagen, gut gemacht, Gesetzgeber, denn das war wirklich schwerer Tobak, dieser Hinzuverdienstdecke. Damit wird nach der bisherigen Regelung, die auch ab 2023 weiter fortgilt, nur noch der Hinzuverdienst zu 40% an die jeweilige Art der EM-Rente angerechnet, der über der jeweiligen Hinzuverdienstgrenze, die ab 2023 gilt, liegt. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel gemacht. Nehmen wir mal eine volle EM-Rente. Also da gibt es jemanden, der hat eine Brutto-EM-Rente monatlich 1.000 Euro, macht als Jahresrente 12.000 Euro. Also 1.000 mal 12, 12.000 Euro Jahresrente. Der Hinzuverdienst ab dem 1. Januar 2023 beträgt hier 20.000 Euro brutto. Die Hinzuverdienstgrenze für eine volle EM-Rente ab 2023 wird errechnet aus 3 Achtel des 14-fachen der monatlichen Bezugsgröße von ab Januar geltend 3.395 Euro mal 14. Davon 3 Achtel ergibt dann die Hinzuverdienstgrenze 17.823 Euro und 75 Cent. Das ist die für Januar 2023 geltende Hinzuverdienstgrenze bei vollen EM-Rennen. Jetzt ziehen wir von den 20.000 Euro genau diese Hinzuverdienstgrenze ab. Dann bleiben noch 2.176,25 Euro übrig. Diese 2.176,25 Euro kürzen wir um 40 Prozent. Und dann bleiben 870,50 Euro als Jahresanrechnungsbetrag auf die Jahresrente übrig. Da wir ja wissen wollen, wie das dann monatlich aussieht, was dann angerechnet wird, dividieren wir einfach die 870,50 Euro durch 12, bleibt 72,54 Euro übrig. Das heißt, von den 1.000 Euro Bruttorente werden 72,54 Euro hinzuverdienst angerechnet. Macht also eine Monatsrente von 927,46 Euro brutto aus. Natürlich nur unter der Maßgabe, dass sie bei einer vollen EM-Rente nicht mehr als unter 3 Stunden pro Tag bezogen auf eine 5-Tage-Woche erwerbstätig sind. Ab 2023 wird nur noch so der Hinzuverdienst angerechnet. Einen Deckel mit den komplizierten Rechenschritten, der dann errechnet werden muss und bis zu dessen Erreichen eine 40-Prozent-Anrechnung stattfindet und bei Überschreiten des Deckels dann eine 100-Prozent-Anrechnung stattfindet, was ja bis zum 31.12.2022 noch so gilt, fällt dann endlich weg. Für die Rentenversicherung und für Sie als Versicherten oder EM-Rentner wird es ab 2023 daher aus meiner Sicht wesentlich einfacher, die Hinzuverdienst-Anrechnung auch selbst durchzuführen. Also relativ einfach, Hinzuverdienst, der über der Grenze liegt, einfach da von 40 Prozent und das durch 12 und das wird dann an die Monatsrente angerechnet, also von der Monatsrente abgezogen. Geht eigentlich relativ einfach. EM-Rentner und auch die Rentenversicherung, die Mitarbeiter der Rentenversicherung können aufatmen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.